Okay, wenn ich die Taste drücke, übersprengt sich der Anfang. Willkommen zu... Ich hab's vergessen. What the fuck? Wieso? Rubber, Ducky and the Rainbow Gun, ne? Hier. Okay. Hallo Leute und willkommen zu Rubber, Ducky and the Rainbow Gun. Ich wollte dieses Projekt zwischendurch einwerfen, weil ich weiß nicht mehr, wie es jetzt auf Steam ist, aber es hat eine Zeit lang nur 50 Cent gekostet, statt 99. Was also sehr billig ist und es sah gut aus. Und deshalb hab ich's mir geholt, weil ich noch 52 oder 53 Cent oder so übrig hatte. Und jetzt hab ich nur noch 3 Cent. Ach man. Aber okay. Ich hab das erste Level gespielt, da hab ich mir gedacht, okay, es ist cool, du hast noch nicht wirklich was erreicht, gehst wieder raus, löchst das Spiel und installierst es einfach nochmal. Aber anscheinend bleibt das weiterhin gespeichert und ich hab schon 5 weitere Münzen oder... Hatte ich hier irgendwen gekauft? Ah, dich hatte ich gekauft. Achso, also hatte ich schon eine Person. Achievements hab ich aber weiter noch nix, außer You bought the game, also, dass ich das Spiel gekauft hab. Und... Ja. Ah ja, stimmt, das hatte ich mir angeschaut. Have the game run below 30 frames per second. Das könnte ich mir, glaube ich, erscheinen, indem ich mit Fraps nur mit 25 FPS aufnehmen möchte. Wenn ich dann auf Start, also auf Aufnehmen drücke, dann dürfte ich das eigentlich auch so kriegen. Ich hab das jetzt runtergedreht, das Spiel ist generell auf meinem Ohr leise, aber... Ich kenne, dass das immer lauter wird. Also, selbst wenn ich das Spiel leiser höre als mich, es dreht sich immer ein Stück lauter nach der Aufnahme, was es mir teils schwer macht und warum ich teils immer noch Videos hab, in denen die Musik nahezu gleichlaut mit mir ist. Aber okay. Wir schauen uns das mal an. 10 Level, vielleicht kommt noch mehr, vielleicht bleibt's da dabei. Ähm... Vielleicht wird's so eine Art neues Elektronik Superjoy. Aber okay. Ich hätte ihn noch ausstellen können, hätte ich selber lesen können. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er leise oder laut genug ist. Aber ich werde es schon hören können. Es ist wohl genug, dass neue Verlehrer des Facts wissen, dass es in ihren persönlichen Noten schreien, wie wichtig es sein könnte, sogar in ein paar kurzen Minuten. Das Enden sich mit A und D bewegen können. Oder mit Space und Double Space. Robert Ducky war keine Ausnahme. Während er, also, geart und gedeht hat, also, wahrscheinlich sich nur links und rechts bewegt hat, hat er eine Rainbow Gun gefunden. Ja, das klingt gut. Okay, also, können wir die mit links und rechts klick benutzen. Sagte sein Freund, Mr. The Tree. Warum nicht gehen und schreien all die Spiky Spikys, die so viel lieben, um mit Rainbow Guns zu schrauben. Wow. Sie würden es so viel verhören. In Wahrheit würden sie wahrscheinlich in einem Teleportation-Burst gehen, um den Rest der Spikys zu erzählen. Weil mir meine Mutter etwas zeigen wollte. Oh, wow. Toll. Ach man. Das passiert trotzdem immer noch so oft. Ich habe gedacht, das würde irgendwie, weiß ich nicht, runtergehen. Vorne, als ich noch eine Stube aufgenommen habe, waren die wenigstens daran gewöhnt. Da haben die schon eher nachgeschaut, weil das so häufig gefailt ist. Aber jetzt? Ach man. Wenn das so ein Spiel ist, wo ich andauernd nichts sagen kann. Meistens, wenn jemand kommt, versuche ich immer irgendwas zu sagen, zu reden, damit die mitbekommen, dass ich gerade mit mir alleine rede. Aber hier geht es ja schlecht. Also, das klingt hier seltsam. That they would likely... Achso, die würden den Ort durch Teleportation verlassen, um es den restlichen Spikys zu erzählen. Also, der tut jetzt so, als wäre Spikys töten eine gute Sache. Okay, ich habe den Aufnahmeknopf statt Leertaste gedrückt. Gut, haben wir halt drei kleine Videostücken. Verdammt. Dass sie nicht zu... Was ich nicht, excited ist doch, wenn sie aufgeregt sind, also so positiv aufgeregt, dass sie einen nicht piekst. Such, to the beach ducky first went, because everyone knows that beaches. Because everyone knows that beaches. Was? That beaches what? Hä? Den Satz verstehe ich nicht ganz. Ah, ich habe nochmal Leertaste gedrückt. Ah, okay. Und es geht los. A and D. Space. Kann ich auch zweimal drücken. Und ich muss für jeden Klick, muss ich extra klicken. Aber meine Schüsse haben auch teils Penetration. Okay, jetzt kommen schon Pinke. Also ich hoffe immer, dass das Spiel gut und auch schwieriger werden wird. Schwieriger ist mir vor allem wichtig. Damit ich auch ein bisschen Anstrengung habe. Oder hier im Projekt fail. Und einer der Tipps, die ich im Titelscreen oder sonst wo gesehen habe, war... Du merke, oder merke dir, dass du auch einen Rechtsklick hast. Oh fuck. Ah ja, stimmt. Ah, ich halte jetzt die Mitte, glaube ich, noch, oder? Ah, nee. Oh, verdammt. Ich wollte... Nein, ich wollte links klicken. Oh. Das war irgendwie leicht. Okay, egal. Haben wir jetzt nicht mit ganzem Leben geschafft. Aber okay, ich habe Coins bekommen und ich kann mir wieder neue Outfits holen. Wen kaufen wir denn? Du siehst dämlich aus. Oder beziehungsweise lustig. Die Frage ist, was hier von gut oder schlecht ist. Wir gehen mal hier hin. Ab hier kenne ich das Spiel auch nicht. Ja, klingt gut. Do they ever love Pianos? And what snow? This snow is very special, because every snowflake is the exact same. Das ist die Ausrede dafür, dass man keinen grafischen Off-Wand betreiben möchte, wenn man, wenn man ja immer von Leuten hört, jede Schneeflocke ist anders als die anderen. Frankly, that's because the developer was not one-tenth as creative as God was when he made snow. But special snow or not, it is still snow. And snow is cold. Everyone knows, rubber ducky doesn't like to get cold. So, ducky, I have made the snow slow enough that you may walk in between it. Oh. Say hi to the Penguins for me. Also, dodging, oder was? Was ist das? Ah, ich kann aber immer noch springen, okay. What the fuck? Okay, ich muss was anderes nehmen. Links, das Stück irritiert mich an seinem Körper. Oh nein, jetzt muss ich auch noch auf einer der Seiten. Das Gelbe sieht aber irgendwie besser aus, das ist orange, ne? Ah lol, jetzt sind da die Viecher von, was ich hier hab. Ich hab nicht mal genug Coins. Kauf ich jetzt so'n Penguins-Viech. Ducky decided to go visit the jungle. This is the land of the floating lizards. Ah ja. Schwebende... ...Echsen. The floating lizards are a great bunch of lizards. Everyone knows, they love rainbow guns and exploding bananas. In fact, they keep a rather large crop of exploding bananas handy, so they can give them out to anyone they meet. Oh, man. Knowing they wouldn't mind, Rubber Ducky grabbed one on his way into the jungle. Ah, okay, ich hab auch einen. These bananas are great. If you try to throw them while they're already in the air, they'll explode immediately. Ah, okay. They also come with a banana blower on them, meaning they are both left and right click bananas. Okay, jetzt hab ich jetzt ne neue Waffe. Macht das Spiel ja überhaupt noch Sinn, wenn ich keine Rainbow Gun mehr hab? This particular banana had a 2 emblazoned on it. Tech-savvy people can program these bananas to be able to be used with the 2-button. Ah, also kann ich jetzt mit 1 auf die Rainbow Gun und mit 2 auf die Banana, oder was? Sometimes they can even program the ability to switch back to your Rainbow Gun with 1. Okay, da... Woher weißt du, was ich erzähle? Okay, besseres Pawnee Island. Ja, danke. You can show off your new banana to the Spikies. They'll probably like it as much as your Rainbow Gun. And, well, the lizards will too. You can now use the banana. Switch to it with 2. Left click to throw the banana, hold right click to use the banana blower. If you left click while the banana is in the air, it will explode immediately. Also keep an eye out for grey Spikies. Although grey Spikies like Rainbow Guns, they tend to stay on course to their destination. And such will not teleport away with Zapt. Also muss ich graue immer mit Bananen abwerfen? Nee, jetzt sagen ich, ich muss immer zwischen Sachen wechseln. Das ist jetzt nochmal eine normale. Da kommt das Zeug. Ah, das ist so ein... Ja. Hä? Was, werden die generell nicht weggesabt oder was? Halt! What the fuck? RIP! Okay, das Spiel müssen wir erstmal lernen. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Also, grau ist Invincible, ja? Ich hab nicht mehr so ein Teil bekommen. Yay! Tornadoes are a big hit with everyone. A tornado is going to happen today and everyone is excited. Ducky decided that going to the tornado would be a lot of fun. I'll bet the teleporting penguins will be there. Everyone knows they love tornadoes. Suddenly, Ducky had an idea. Why not go find a stretchy yaksmak? Was ist das? They're always a lot of fun. Ducky soon found a box with a stretchy yaksmak in it. Everyone knows that stretchy yaksmak are gifted to those who want them by donors. Ich hab keine Ahnung, was das vor Worte sind. Ein rocket candy launcher? No, this will just be great. A yaksmak will help a lot with all those spikies, seeing as all particles tend to fly away in a tornado. A yaksmak will help a lot with all those spikies, seeing as all particles tend to fly away in a tornado. Did you know that, Ducky? All particles will go distinctly left in a tornado. The wind is whipping up. You can now use the stretch yaksmak rocket candy launcher. Switch to it with three. Left click to use the yak. Hold right click to use the rocket candy launcher. There is no cursor with the yak out. The candy launcher will explode into missiles when it hits a spiky. Grab these to get help back. Achso, die Smilies. Okay. Das ist schwer. Achso. Achso, ich kann schon lenken, aber ich sehe nicht wohin. Okay, das ist aber bisher noch nicht schwer. Wurde ich gerade echt nochmal getroffen? Ganz am Ende? Echt? Als ob. Scheiß-Spiel. Okay, wir machen mal das erste Level-Know-Hit. Oh, however, sir. Mal gucken, was dann passiert. Hab ich jetzt auch? Ah, ich hab jetzt meine Waffen, die ich schon von später hab. Okay, mal gucken. Ich will mal so ein rotes Häkchen haben. Vielleicht gibt's auch für ein Achievement. Okay, das schießt viel zu... RIP. Schießt viel zu langsam. Wieso finde ich meine erste Waffe bisher immer noch bei Weitem am besten? Oh. Das ist halt die Rainbow Gun. Vielleicht spielen wir auch nur mit der. Es sei denn, wir brauchen irgendwann eine andere Zwangsweise für irgendwas anderes. Dann müssen wir natürlich wechseln. Ich weiß nicht, wie viele Waffen wir in dem Spiel zeigen, aber ich würde gerne wenigstens mal durch die Level durchgegangen sein. Hey, explodieren die irgendwie alle im Kuppenzwang oder so? Ich habe manchmal so das Gefühl. Also bei denen hier nicht. Aber bei denen nur Luft. Ich hätte ja auch mal jeden Eimer kühlen können. Oh. Okay, jetzt haben wir ein rotes Häkchen. Cool. In dem Level kann man doch irgendwie Gold farmen. Ich weiß nicht, ich könnte mir ja eigentlich alles andere holen. Aber wir spielen mal mit dem. Ah, hier ist er. What? Kann ich mir einen unsichtbaren kaufen? Und mich dann selber nicht mehr sehen? Okay, letztes Level. Ich dachte, Ducky würde gerne sehen, und er war richtig. French Place ist ein ziemlich tolles Ort. Es ist bekannt für sehr gute Musiker. In fact, die Akkordien spielt in ein Akkordien Trio, das in die Akkordien practice in French Place. Es sieht, wie ein Grey Spikies kommen. Das wird großartig, Ducky. Du kannst sie unternehmen. Oh, Ducky, hast du vergessen, dass du kannst? Ich habe sicher, dass du kannst, wenn du auf und übernstest, du kannst, sehr gut gehen. In fact, du kannst, wie du kannst, wie du auf und übernstest. Und look, Ducky, ein Teleporting Penguin ist gekommen zu visiten French Place, auch. Vielleicht, er wird ein paar Jahre später sein, als du auch. Penguins sind großartig für die Flügel. Er wird viel helpen, wenn du übernst, wenn du übernst, und, mit einem Left- und Right-Click-Penguins, sie können alles in ihren Tracks mit ihren Penguin-Blowers. Oh, und Ducky, Speaking of Bugs, the Bug Brigade is here, too. They'll stop by sometime, while you're here. You can now employ the help of a Teleport Penguin. Switch it to 4, left-click to use the Penguin, hold right-click to use the Penguin Blower. The Penguin will slide. This is great against grounded foes. The Penguin Blower will stop Spy Keys. It is good to use, if you need a second to think. Okay. You can now slide. Das sieht ja super aus. Press down and over. Ja. When on the ground. You will slide for as long as you hold over. Hm. Oh, das ist jetzt Jump and Run, oder was? Ja, und so wird's nix. Ja toll, wie soll ich denn das hinkriegen? Sehe ich aus, als könnte ich schon so gut mit der Spielmechanik umgehen? Ich denke nicht. Ja, gut now. Nein. Okay, das... Ah, das ist die Bug Brigade. Oh Gott. Fast gestorben. Alter. Okay, gut. Ich hab null dieser Teile übrig. RIP. Oh, wir haben Geld gesammelt. What the fuck? Achso, und jetzt bin ich auch kein Level weitergekommen, oder was? Können wir nochmal in zwei reingehen? Weil das nicht so schwer ist. Glaube ich. Oh Gott. What the fuck? Wer denkt sich das aus? Ja. Und Schaden krieg ich trotzdem. Hä? Hä? Was ist denn das? Okay. Das ist doof, dass man das immer wieder machen muss. Aber okay. Vielleicht kriegen wir jetzt das hin. Nein. Oh. Okay, gut. Das ist ein bisschen doof, echt, dass das jedes Mal auf so neue kommt. Ich meine, irgendwie so nach einem 4.05 immer kannst du es ja ausstellen. Ist das jedes Mal das selbe Muster mit dem Schnee? Als ob... Was? Okay, ich mag das Spiel nicht mehr. Okay, ich mag das Spiel nicht mehr. Gut. Ich bleib jetzt einfach hier. Ich meine, wer bin ich denn? So, und tschüss. Boom. Ja, ja. So, das wissen wir jetzt auch, wie wir hiermit umgehen müssen. Ah, ich kann auch durch den Boden schießen. Okay, alles klar. Hä? Kann ich das vorher sehen? Kann ich vorher sehen, wenn die von oben kommen, oder muss ich mir das einfach auswendig merken? So, er ist doch gleich nach oben weg und dann kommen die in etwa. Nee. Sag mir keiner vorher an. Okay. Das war knapp. Ah, jetzt kann ich da nicht stehen. Okay. Komm. Okay. Wenigstens orange. Hm. Da sind die Bewertungen schon mal besser. Hier wurde ich ganz am Ende einmal getroffen. Das muss auch nicht sein. Aber ich glaube, hier ist echt das Jack besser. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich habe auch nicht ganz verstanden, was mir hier Leben wieder gibt. Hvanappt. Dann schießt es immer wieder. Hier sind die Bewertungen. Das war so schnell. Geschwil. Wollt. Wollt. Zitat. 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 und alle Ach, Mann. Okay, aber es ist auf jeden Fall leichter, wenn man einfach in der Mitte stehen bleibt und stark mit der Maus in die Richtung linken, die man schlagen möchte. Weil dann zielt er auch da so ein bisschen hin. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall. Ja, hä? Wieso habe ich jetzt hier den zweiten Fall? Secret Rainbow Spiky. Was ist das? This one's not too hard to find. Äh, ich wusste nicht, dass ich den gefunden habe, aber okay, danke. Gut. Gut, vielleicht kann ich auch noch mehr Informationen über dieses Spiel sammeln und irgendwas vielleicht herausfinden, was ich bisher nicht weiß, mir irgendwas anderes ansehen dazu. Oder wir schauen einfach, dass wir das Level nochmal gescheitert bekommen, obwohl das sehr, sehr schwer werden wird mit dem Jump'n'Run. Und dann kommen höchstwahrscheinlich noch die fünf Level. Ja, wir schauen einfach mal. Bisher finde ich es aber immer noch lustig und... Ja, für 50 Cent oder so. Für 99 Cent hätte ich es nicht gekauft, aber... Hm. Was ist denn der Fall nach links? Oh. Was ist das? Was ist das? Okay, warte, darf ich hier glaube ich nichts spammen. Ach. Oh. Huch. Ich darf mit dem goldenen Zeugs hier was reinlegen. Wups. RIP-Geld. Okay, gut. Das war es dann mit der ersten Folge Rubber Ducky and the Rainbow Gun. Ist auf jeden Fall ein lustiges kleines Spielprinzip. Ich hatte es mir grob etwas anders vorgestellt. Bisschen mehr Bullet Hell. Bisschen weniger denken. Aber finde ich ganz okay. Soweit. Es bespaßt mich. Euch vielleicht auch. Wenn ja, dann... Guckt beim nächsten Mal wieder rein. Also ich werde... Bestimmt noch... Die zweite Hälfte hier zeigen. Aber okay. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.